Ist Griefing eigentlich genauso schlimm wie Cheaten, beziehungsweise bedeutet Griefing gleich Cheaten? Willkommen zum heutigen CSGO-Podcast. Wir behandeln heute eine Frage, die ihr mir recht oft stellt, und zwar, ob Griefing eben gleich Cheaten ist. Da kann man natürlich von vornherein sagen, dass Griefing nicht gleich Cheaten ist, aber in der Frage ist ja eigentlich gefragt, ob Griefing ähnlich schlimm ist wie Cheaten. In erster Linie sollten wir dann erstmal kurz noch festhalten, was überhaupt Griefing ist. Also Griefing ist Verhalten, das entweder disruptive ist, also störend im Spiel, oder anti-competitive oder anti-social. Und da liegt auch schon die Problematik offen. Es gibt ein riesiges Repertoire an Grief-Dingen, die man machen kann, und ich denke, jede sollte einzeln behandelt werden. Manche sind schlimm, und andere sind nicht so schlimm. Wenn wir mit dem Schlimmsten beginnen wollen, dann wäre das Smurfing. Smurfen ist das, was die meisten als anti-competitive oder anti-social ansehen, und das ist auch vollkommen korrekt. Es zerstört das Competitive-System, denn das Competitive-System ist ja eigentlich dafür da, dass ungefähr gleich starke Leute gegeneinander spielen, um eben aufzusteigen oder abzusteigen. Und wenn jemand smurft, dann bringt er dieses System komplett durcheinander. Es macht dann auch keinen Sinn mehr, weil Global nicht mit Silber-1-Leuten spielen sollte. Es ist einfach nicht gedacht vom Spiel. Und das kann schon von der Stärke her in Richtung Cheating gehen. Es ist wirklich extrem unfair, auf so einer niedrigen Elo mit so einem hohen Rang zu spielen. Und natürlich kommt es den Gegnern dann auch so vor, als würde der andere möglicherweise sogar cheaten, weil sie dieses hohe Skill-Level gar nicht kennen und einschätzen können, und dadurch vielleicht denken, dass es Cheating ist. Also ich finde, Smurfen kommt, vor allem wenn der Unterschied sehr groß ist zum eigenen Rank, extrem stark an Cheaten ran und sollte auch dementsprechend bestraft werden. Einen Smurfer zu erkennen, ist oftmals aber gar nicht so einfach, beziehungsweise zumindest einen gewollten Smurfer oder nicht gewollten Smurfer zu erkennen, ist gar nicht so leicht. Wenn jemand Global war und dann ewig lange nicht mehr spielt und dann nicht mehr eingerankt ist und dann wieder neu eingerankt ist und halt eben auf Gold 4 ist oder sowas, weil er das Einrankungsspiel halt eben Pech gehabt hat, dann wird er wahrscheinlich ziemlich hart reißen. Aber hat er nicht geplant, einen Smurf-Account erstellt, also sich einen neuen Account gemacht oder einen gekauft, der vielleicht Silber 1 ist und so weiter. Das ist eine schwierige Sache. Ähnlich auch wie bei meinem Fall. Ihr wisst ja, mein zweiter Account ist auch 2, 3, 4 Ränge unter meinem Main-Account, weil ich mit dem zweiten Account einfach nicht hochkomme. Ich habe den zweiten Account aber selbst eingerankt. So wie ich auch meinen Main-Account eingerankt habe. Dass dieser Account so niedrig ist, ist auf keinen Fall gewollt. Das macht das Ganze gar nicht mal so einfach. Natürlich gibt es diese obvious Smurfs, ja, wo du dann gegen einen Account spielst, der 3 Stunden alt ist oder sowas. Logisch, dass da was im Busch ist, höchstwahrscheinlich, wenn jemand spielt wie der letzte Gott. Aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Bereits bei dieser Sache mit diesen Smurfs ist es schon sehr, sehr schwierig, da großartig zu unterscheiden und dann auch dementsprechend gleich zu bestrafen oder eben ungleich zu bestrafen. Weil man ja gar nicht weiß, wie die Umstände sind und da könnte auch schnell jemand dann gebannt werden, der es eigentlich gar nicht verdient hat. Andere Verhaltensmuster, die dem Griefing zugerechnet werden, sind Team-Attacks, Team-Kills. Wenn man den Chat abused, also egal, Voice-Chat oder den geschriebenen Chat und so weiter und so fort. Wenn man eben einfach, um es nochmal kurz zu sagen, Anti-Competitive bzw. Anti-Social ist. Griefing ist auch, wenn ihr zum wiederholten Male AFK seid oder zum Beispiel eine Maid, der mehrfach nach einem Drop fragt, keinen Drop zuschmeißt. Das ist Anti-Competitive und Anti-Social. Wenn das euer Geld zulässt und sowas, dann seid ihr fast dazu verpflichtet, zu droppen, weil das ein Competitive-Spiel ist und das in eine gewisse Richtung laufen muss oder sollte. Wenn man das von vornherein nicht so spielen möchte, dann sollte man auch kein Competitive spielen, das ist logisch. Wie sehr es jetzt damit aus? Ihr wisst, dass ich es hasse, dass Grief so gering gezählt wird. Vor allem diese Sachen, die als Kavaliersdelikt dargestellt werden, wie, ach ja, das bisschen Chat-Abuse, also egal, ob Voice oder geschrieben, ist doch nicht schlimm, das gehört zum Online-Dasein dazu und so weiter und so fort. Das ist schon sehr lange da, es ist auch schon immer da gewesen. Aber warum sollte man es dulden? Deswegen, weil irgendwas lange da war. Diese Dinge sollten viel, viel härter und eher bestraft werden. Also wenn jemand total am Ausrasten ist im Chat und rumbeleidigt die ganze Zeit und dadurch erstens das Gegnerteam eben abfuckt, vielleicht triggert oder wie auch immer, wobei die dann auch in dem Fall selbst dran schützen, dass sie sich triggern lassen und eben auch die eigenen Teammates getriggert werden, weil sie einen Mate haben, der einfach jetzt die ganze Zeit schreibt und nicht spielt. Sowas sollte und muss härter bestraft werden. Viel, viel härter. In diesen Spielen geht es nicht darum, dass man mit Leuten schreibt. Es geht darum, dass man spielt. Ich weiß nicht, warum Competitive überhaupt einen Chat hat. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also einen Chat, der rüber zum Gegnerteam läuft. Im Team völlig in Ordnung, völlig legitim. Man muss sich ja verständigen, logischerweise. Und wenn jemand dann doch keinen Mick hat oder irgendwelche Schwierigkeiten hat, muss er das dem eigenen Team auf irgendeine Art und Weise schreiben können. Dass das aber bis zum feindlichen Team rüber geht, ist mir ein Rätsel. Also vor allem in diesem, in Anführungsstrichen, casual Competitive. Es ist ja schon eine sehr starke mischte Form. Es ist ja jetzt nicht wirklich wie eine Liga oder sowas. Da kann jeder reincuehen, so viel wie er will und so weiter und so fort. Alleine dadurch, dass man den Gegner erreichen kann durch einen Chat, gibt es viele weitere neue Grief-Tatbestände. Wie zum Beispiel, dass man verrät, weil man abgefuckt ist, wo der letzte Mate rumläuft. Also dem Gegnerteam sagt, wo die Leute sind. Solche Sachen sind extrem Anti-Competitive und Anti-Social und sollten auch viel härter bestraft werden. Das Dumme ist nur, dass man sowas im Overwatch nicht erkennen kann. Man sieht den Chat nicht, man hört auch den Voice-Chat nicht. Es hat zwar Gründe, dass das so nicht einsehbar ist und einhörbar ist im Overwatch. Nichtsdestotrotz verbessert es ja die Lage nicht. Griefen ist eine Sache, die die Community zerstört. Es wird immer auf die Cheats geschoben. Das heißt immer, die Cheater, die sind so schlimm und hin und her und pa, pa, pa. Dabei sind es die Griefer, diese Toxic-Community, die jeder hasst. Und weswegen jeder wirklich abgefuckt ist von dem Spiel. Die meisten schreiben mir, ich finde keine Mates und die random Leute sind kacke. Und wenn man danach hakt, sind die nicht kacke vom Skill her, sondern dann sind das nervende Leute. Dann sind das Leute, die kein Englisch sprechen wollen. Die Team-Attack machen, die einen kicken. Die reporten das eigene Team und so weiter und so fort. Einfach irgendwelche Dummköpfe, die normalerweise gar nicht lange im Spiel drin sein dürften. Wenn es ein ausgebautes Anti-Grief-System geben würde. Es gäbe sicherlich viele Ansatzmöglichkeiten, das zu verbessern. Also zum Beispiel, indem man den Overwatchern erlaubt, den Chat zu sehen. Oder wenn es dafür eine eigene Form der Überprüfung gäbe. Also wenn jemand wegen einem Chat-Abuse reportet wird, dass dann eine Art Screenshot des Chats oder halt ein Log von dem Chat an irgendeinen Menschen geht, der das überprüft. Und dann kommt schöne Grief-Bahnwelle. Stellt euch mal Counter-Strike vor, in dem keiner großartig toxic sein darf, weil er sonst gebannt wird. Das heißt, in dem jeder seine Fresse hält und spielt. Und vielleicht sogar das Beste draus macht. Stellt euch einfach ein Spiel vor, in dem jeder Englisch callt. Und nicht einfach an seiner Landessprache rumlabert, weil er befürchtet, gebannt zu werden. So was wäre wunderbar. Das wäre die beste Competitive-Umgebung. Und das wollen ja alle, das ist ja Counter-Strike. Man möchte so professionell wie möglich spielen. Und da ist es einfach das Schlimmste, was passieren kann, wenn du in die Lobby kommst und da sind irgendwelche Böcke. Gerade in den Low-Elo-Bereichen. Wo die Leute sich hocharbeiten wollen, um da endlich rauszukommen. Gerade in diesen Bereichen würde ein drastischer Umschwung stattfinden. Wenn Leute, die am Griefen sind, viel eher belangt werden würden. Wobei man da natürlich von Fall zu Fall nach wie vor unterscheiden müsste. Man kann das nicht generalisieren. Es muss wirklich jeder Fall einzeln untersucht werden, so wie es eben auch bei Overwatch der Fall ist. Da heißt es ja auch nicht, okay, der hat so und so viele Reports auf dem Bereich, alles klar, Wall-Hack. Sondern da müssen Menschen drüber gucken und das überprüfen. Ich denke die Frage, ob Grief gleich Cheat bedeutet, ist an sich geklärt. Es gibt Dinge, die da vielleicht etwas nah herankommen, wie zum Beispiel der Smurfer. Aber an sich ist das einfach ein eigener Tatbestand. Der schon gerne hart bestraft werden kann. Wenn denn auch Verhalten vorliegt, das so hart bestraft werden sollte. Wenn jemand so ein bisschen rumbeppert, dann scheißt der Hund drauf. Beziehungsweise gib ihm halt einfach eine Verwarnung. Wenn jemand nicht auf Englisch callt, obwohl er mehrfach darauf hingewiesen wird oder gebeten wird, auf Englisch zu callen, bekommt er halt erstmal eine Verwarnung. Ich will ja auch kein System jetzt aufbauen, nachdem man das dann alles machen kann. Ich will nur sagen, es muss schon geschaut werden, wie, was und warum vorliegt. An und für sich sollten Griefer aber deutlich stärker bestraft werden. Also in einem Spiel wie CSGO. Es gibt andere Spiele, beziehungsweise es gibt Bereiche in CSGO, ja, diese casual, ähm, 16 gegen 16 Matchmakings. Lasst die Leute rumschauen, wie sie wollen, ist mir völlig wurscht. Aber sobald ich auf Matchmaking drücke, da will ich ein 5 gegen 5, wo man versucht zu gewinnen. Und nicht irgendwelche Hunde, die versuchen, äh, lustig zu sein. Und guck mal, ich hab ein Teammate, äh, getasert, haha, und sowas. Dafür gibt es Spielmodi, in dem man sich da ausleben kann, aber das sollte da in der Form nicht stattfinden dürfen. Ja, vielen Dank für die Einsendung dieses Themas. Das ist ein Thema, das ihr gewählt habt. Vielen Dank auch wieder für die ganzen Daumen nach oben auf den letzten Podcast und auch für eure Antworten. Ihr seid da immer so schön mit dabei und diskutiert mit. Das macht echt Spaß, dann diese Sachen hier rauszuhauen, weil ich mich einfach schon während der Erstellung auf eure Kommentare freue und auf die Diskussion, die wir dann führen können. Natürlich interessiert es mich auch wieder brennt, was ihr von dem Thema haltet, was ihr dazu sagt. Wir haben uns zwar schon in der Vergangenheit öfter darüber ausgelassen und, wie gesagt, kam dieses Thema auch von euch. Aber nichtsdestotrotz würde es mich jetzt eben speziell an der Stelle interessieren, was ihr zu dem Thema zu sagen habt. Des Weiteren gibt es hier für euch auch wieder einen Random CSGO-Skin zu gewinnen. Der Skin wird an einen von den Leuten vergeben, die eben hier zu schreiben, also was sie über das Thema denken. Das heißt, es gibt also kein spezielles Codewort oder sonst was, sondern er geht eben einfach an irgendjemanden, der sich hier aktiv an der Diskussion beteiligt. Ich bedanke mich fürs Zusehen, haut ordentlich rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!